Schießen die russischen Soldaten auf ihre eigenen Leute, um sie am Rückzug zu hindern, wenn sie nach vorne stürmen müssen? Angeblich. Es gibt ein Video, da hat man es gesehen, wo sie angeblich welche umgeschossen haben. Da passten mir aber ein paar Details nicht. Das wirkte mir gestellt. Wir dürfen nicht vergessen, wieder meinen alten Spruch, den die meisten von Ihnen schon kennen. Wir befinden uns in einem Krieg, wo die Informationsebene eine sehr wichtige Rolle spielt. Es ist absolut glaubhaft und sinnvoll, dass eine ukrainische Einheit oder ein ukrainisches Eigeninitiative oder gar der GUR oder der Generalstab Videos stellt, fingiert, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Das heißt, ich habe ein Video gesehen, da sah man russische Soldaten flüchten und es kommen welche aus dem Wald und schießen die über den Haufen. Das Problem war, dass mir, das ist eine Weile her, A flog die Drohne sehr, sehr bequem in den richtigen Winkel und folgte den fliehenden Soldaten. Das war nicht ein rabiates Rübersoomen, sondern das war so eine Drohne, die so wirkte wie im Autofolgemodus, dass die Drohnenpiloten unter Ihnen werden das kennen. Man kann irgendwie Drohnen einstellen, dass sie in einer bestimmten Distanz hinter einem fliegen und einen die ganze Zeit filmen. Das wirkte so und die Sequenz des Schießens und so weiter, die passte nicht zusammen, denn man würde ja auch nicht erwarten, ich glaube, die hatten sofort auf die Leute geschossen. Es tut mir leid, wenn ich ein Blockadekommando bin, würde ich nicht erst mal noch in die Luft schießen? Also da passte irgendwas nicht. Das war das einzige Video, was ich gesehen habe und das hielt ich für nicht glaubhaft, nicht für ausreichend authentisch, um es für vollzunehmen. Ansonsten haben wir die Berichte seit Kriegsbeginn. Hier schon Butschar, die ganze Region und dann kommen wir wieder zu den Kadirovci. Das waren die, die als erstes diesbezüglich genannt wurden. Das hier in der Gegend um Irpin und so weiter, dort haben ja die Ukrainer hier das Gebiet geflutet, um die Russen zu stoppen. Und da habe ich, wenn wir zurückschauen, irgendwie in die Lageberichte vom März 2022 oder so, werde ich irgendwann gesagt haben, dass es Meldungen gäbe, die Kadirovci, die Kadirovtschitschen seien hinter der Front unterwegs, um Deserteure zu liquidieren. Das heißt, die Meldungen gibt es von Kriegsbeginn. Das, was in nennenswertem Maße stattgefunden hat. Ich habe ein paar Video, da werden ein paar, wie heißen sie, Buriaten diskutieren allerdings mit Kadirovci. Und die Kadirovci sagen ihnen, sie sollen zurück an die Front. Da wird auch nicht geschossen. Also, ich bin nicht überzeugt, dass das ein breitflächiges Problem ist. Es gibt Berichte und es gibt auch Berichte von halbwegs vertrauenswürdigen Quellen. Aber handfeste Beweise liegen mir in breiter Front nicht vor. Das ist nur das, was ich dazu sagen kann. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.